Hey Leute, was geht? Heute stürzen wir uns wieder in Schlangenchaos bei Slida.io. Es geht direkt wild los. Punkte sammeln, fette Schlangen abschneiden und gefährlich die Gegner ausmanövrieren. Wir knacken heute sehr viele Punkte, für mich. Wir riskieren sehr viel und erleben richtig krasse Situationen. Ob ich es schaffe, die großen Schlangen platt zu machen, das seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß. Denkt dran, täglich 13 Uhr, ein Gaming-Video. Let's go! Let's go! Wir sind wieder bei Slida.io und ich hab Bock drauf. Das letzte Mal hat wieder sehr viel Spaß gemacht, da mit der Schlange sofort hier ein paar Punkte abzusahnen. Ich guck jetzt mal. Ich denke, ich bin mittlerweile gut trainiert, um richtig abzugehen. Das sind schon ein paar große Schlangen. Es gibt ja verschiedene Taktiken. Entweder man versucht, die ganze Zeit irgendwelche Schlangen zu killen oder man versucht, die großen abzusneaken. Aber da hab ich meistens nicht die Geduld dazu. Ich will irgendwelche Schlangen irgendwie mal so kurzfristig besiegen. So zum Beispiel. Ja, wohl genau. Das war perfekt. Habt ihr das gesehen, Mann? Und der dachte sich so, der kann sich mich snacken, aber nicht mit mir, Mann. Wir haben schon 233 Punkte. Das ist vollkommen in Ordnung in der Zeit, wo wir jetzt hier unterwegs sind. Auf dem Top-Score-Rapport sind es 17.000 Punkte. Das schaffen wir heute wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, ich kriege nicht wieder einen Ausraster wie letzte Folge. Oh, ja. Oh, war das gut. Oh, habt ihr das gesehen? Einmal so. Bam und bam. Jetzt geht hier aber die Post ab, ey. Halleluja. Das hat ordentlich geschmeckt. Wir haben 700 Punkte. Da unten ist eine Disco-Party-Party-Schlange. Die, na, krieg ich nicht ganz. Die versucht, sich mich zu snacken. Hab ich keinen Bock drauf. Wir können einmal hier so ein bisschen wieder ein paar Punkte farmen. Und mal gucken, ob wir runter in die Mitte kommen, was da so geht. So, machen wir erst mal den hier. Und dann haben wir das hier auch. Lecker Schmecker. Was wollen die alle von mir? Die wollen alle irgendwie mich haben, weil ich so eine lecker Schmecker... Sind das eigentlich Schlangen oder Würmer? Sind das Schlangen oder Würmer? Ich hab gar keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Und ich glaub, die Frage hab ich schon mal gestellt. Und, äh, ja. Was will er denn von mir? Bro. Lass es einfach. Ja, was soll denn das? Lass es. Was, ey, ey. Der will sich mich snacken und kriegt's nicht geschissen? Also, ja. Halleluja, ey. Oh, da ist eine Megaschlange. Da müssen wir einfach nur ein bisschen aufpassen. Wir haben schon 1000 Punkte. Ich halt euch auf den Laufenden. Äh, hier ist einer, der heißt Mafio. Ey, hier sind voll viele Schlangen unterwegs. Da muss ich echt aufpassen, dass die sich da jetzt... Nicht irgendeine, äh, plötzlich an mich ranmacht. Deswegen muss ich aufpassen. Ja, dieser Mafioso oder so. Ich lauer auch schon die ganze Zeit. Aber... Wir haben das unter Kontrolle hier. Was will er denn? Manche sind so richtig YOLO unterwegs. Und so, ich kenne ich nix, dir mich nix. Und dann so bam, bam, kabumm, katschung. Und mir alles egal, ob ich draufgehe oder nicht. Was will die grüne Schlange denn da jetzt? Was soll denn das? Jetzt ist mir die Schlangendichte ein bisschen zu hoch. Weil ich finde... Oh, lol. Nein, 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 nein. Oh, shit, man. Das sind die Momente, die ich gerne abgesneakt hätte. Aber da war ich zu weit weg. Das war auch sehr knapp. Da wäre ich auch fast draufgegangen. 1200 Punkte. Yes. Oh, schade. Das hätte klappen können. Jawohl, lecker Schmecker. Dankeschön für die Punkte. Nessi. Komm. Let's fetz. Oh, Mann. Ey, was ist das? Das ist eine Schneckenschlange. Das mit den komischen Augen. Alter, hier geht's übel rund mit den ganzen Schlangen. Da musst du echt gut aufpassen. Halleluja. Wenn ich jetzt draufgehe. Wow, wow. Das war knapp, Mann. Aber ich habe gedacht, ich muss das riskieren. So, hier. Hier, die kann ich abschneiden. Ah, nein. Kann ich nicht abschneiden. Oh, da dachte ich jetzt, das ist mein Schwanz. Das ist aber gar nicht mein Schwanz. Wenn ich die groß da kriegen könnte, das wäre geil. Ey, was geht hier ab, Mann? Pam. Und wow, wow, wow. Alter. Alle ausgewichen, aber halt alle scharf auf diese Punkte. Und die hier schnapp ich mir. Boah, ey. Ey, Alter. Okay, 1800 Punkte. Das ist ja noch gar nichts, muss ich sagen. Das ist überhaupt nichts. Wir sind einmal durch die Mitte durch. Äh. Oh, lol. Da kann man theoretisch absnacken. Aber ich habe es verkackt. Na, schade. Ich bin zu weit weg. Ich sollte vielleicht doch diese Taktik fahren, die langen Schlangen mir zu snacken. Irgendwie. Oder halt abzukampen. Weil irgendwann gehen die immer drauf. Irgendwann ist es da immer vorbei. So. Oh. Jetzt geht es hier aber ordentlich ab. Wieder. Muss man gut aufpassen. Da. Ich bin immer noch in der ersten Runde. Ich bin immer noch in der ersten Runde. Ich habe 2000 Punkte jetzt erst geknackt. Aber ich finde, ich mache es relativ gut. Immer mal wieder versuchen, welche einzusnacken. Warum ist das mein... Warum ist das ein Ladebalken gewesen? Na gut, jetzt ist er weg. So. Einmal hier so. Pam, 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 pam. Ähm, ja gut, okay. Da kriege ich nix gesnackt. Pfff. Und ein bisschen was zumindest. Sind ein paar an mir kaputt gegangen. Nein, ich glaube nicht. So, kriege ich die vielleicht hier irgendwie eingefangen. Nein. Auch, äh, Kleinvieh macht Mist. Deswegen. Ach, die sind mir zu groß, die Dinger da. Die Schlangen sind viel zu groß. Boah. Halleluja, ey. Da muss ich hier echt gut... Oh, ja. Ja. Pfff, meins. Oh Gott. 2500 Punkte. Hey, es geht schleppend voran. Aber irgendwie geht's halt voran. Alter Schwede, ey. Das ist... Das ist crazy hier. Boah. Wenn die große da drauf geht, dann hab ich aber... Wow. Alter. Boah, zum Glück. Habt ihr das gesehen? Der ist irgendwie einfach despawned. Alter. Boah, war das... Ich hab gedacht, entweder... Jetzt geh ich drauf oder der geht drauf. Das war anders wild. Wir haben fast die 3000 Punkte. Und jetzt, äh... Gucken wir mal, wie es weitergeht. Boah, ey. Also, das ist echt nicht ohne. Wir sollten vielleicht ein bisschen kleinere Schlange hier phrasen. So, der kringelt sich hier. Da machen wir den hier. Und dann ist das so. Und dann können wir den da tatsächlich einfangen. Oh, wow. Ja, 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 ja. Wir haben einen eingefangen. Geil. Sehr geil. Das war's, mein Guter. Er schlängelt sich hier irgendwie wild durch die Gegend. In der Hoffnung, mich zu kriegen. Ich muss jetzt halt nur aufpassen, dass... Er mich nicht kriegt. Oh, Gott, Alter. Wenn jetzt eine größere Schlange kommt, bin ich gearscht. Ich lass das jetzt mal so. Oh, eine kleine. Ach, shit, Mann. Jawohl. Pam. Das hat geschmeckt. Aber ordentlich hier. Wir haben die 3000 Punkte geknackt. Es ist eine richtig gute Runde. Wir haben es richtig gut im Griff hier. Jetzt... Oh, da oben wieder Schlangenkaus. Gucken wir mal, dass wir hier so durchkommen. Oh, Mann, Mann, Mann. Es ist echt nicht ohne. Ich bin grad high concentrated. So, wie sieht's aus? Da ist eine Argentinie. Oh, Gott. Und die ist draufgegangen, Alter. Wenn die jetzt noch draufgeht, wäre geil. Die da. Aber schade. Hat nicht geklappt. Aber hier kann ich noch ein bisschen... Ja, doch. Darauf hab ich spekuliert. Darauf hab ich spekuliert. Geil. Da konnte ich noch was abgreifen. Wir haben 4000 Punkte. Ich wollte nicht zu sehr Risiko gehen. Weil da tummelt sich ja alles an Schlangen, ne? 4000 Punkte. Mega Runde. Sag mal hier. Oh, nee. Wäre geil gewesen. So. Oh, 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 oh. Was ist das für eine Schlangenfarbe hier? Wow, 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 wow. Ja, genau. Boah, ey. Oh. Die kleinen YOLO-Schlangen, gell? Deren Leben ist eh viel zu kurz. Deswegen machen sie so... Jum, 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 jum. So. Gut, da sind noch ein paar Sachen übrig. Du musst halt aufpassen, dass nicht ich eingekreist werde. Immer hier ein paar Sachen sammeln. Mhm, 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 mhm. Wir haben 4500 Punkte gleich. Das ist auch sehr gut. Wir steigern uns... ...step by step. Oh, da geht die Post ab, Alter. Ja, das... Oh, ich dachte jetzt schon, das war's. Ich dachte, das war's hier. Aber... Nein! Oh! Ihr seid alle so gierig! Mann, Mann, Mann. So, den kleinen... Oh, nein! Oh, ho, 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 ho. Da, da guck, du... Du rennst von einer kleinen weg. Und... Ja, gut. Dann schnappst du dir die kanadische. Das war, glaub ich, Kanada, oder? Die hatte so ein Ahornblatt am Kopf. Nein, Mann. Nein, Mann! Du kriegst sie nicht! Du kriegst sie nicht! Weil alle geiern! Mann! Boah! Ja, genau! Da kommt... Was ist das gewesen für ein Land? Mann! 4.600 Punkte! Jetzt gucken wir mal, ob noch einmal was geht. Boah, ey! Sauerei! Ab in die Mitte, jetzt bin ich die Jodoschlange. Das wird's grande Finale, Mann. Ey, das gibt's nicht. Ich bin entsetzt. So. Was will er denn von mir hier? So, Alter. Jetzt ist mir alles egal. Oh, ja. Mir ist sowas von... Alles egal! Ja! Ich hab die Große gekillt! Bam, 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 bam! Und... Bam, 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 bam! Bam, bam, bam! Es stürzt sich alles. Und jeder da drauf. Und ich... Ha! Bin schon wieder bei 1000 Punkten. Das ging richtig schnell, Mann. Und hier haben wir auch jemanden. Jawohl. Ey, Alter! Das hat sich ja mal mega gelohnt. Sich die ganz Große gesnackt. Wir sind wieder bei 1700 Punkten. Ey, hallo! Alle dachten, es geht von vorne los. Nein, ich bin wieder mittendrin, statt nur dabei. So, zack. Ciao, Kakao. Alter. Was war das denn, bitte? Ich bin einfach YOLO rein. Deswegen! Wow! Ha, ha! Ja, Mann! Wow! 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 Auf jede Bewegung. Weil alle am Geiern sind. Ja, 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 ja. Ja, da muss man echt... 2600 Punkte haben wir wieder. 2600 Punkte sind am Start. Da unten ist wieder eine verreckt. Oh, Mann, 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 Mann. Alter, Alter. Jetzt ist die da mega groß. Diese... Diese... Oh! Die hätte ich fast gekriegt. Die andere Grüne hier. Mann, 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 Mann. So, komm. Gehen wir mal hier ein bisschen rum. 2700 Punkte sind am Start. Alter. Okay, es ging jetzt... Es ging jetzt schnell hier wieder, sich hochzuleveln. So. Einmal hier rum. Einmal da rum. Gucken wir mal, ob wir irgendwas noch abgreifen können. Aber jetzt wird es schwierig, glaube ich. Ja! Abgreifen! Abgreifen! Alles meins, alles meins, alles meins. Das sind jetzt wieder 3600 Punkte. 3700. Alter. Alter, Alter, Falter. Oh, Gott, da unten ist ja noch eine verreckt, ey. Was geht hier ab? Scheiße. Das war knapp. Das war übel knapp. Alter. Ey, Alter, die müssen doch jetzt langsam mal drauf. Gehen hier. Da ist übel eng. So, die kleine rote. Meins. 3700 Punkte. Jawohl. Bam. Nein! Boah, ja! Oh, nee. Und jetzt hat der sich gesnackt. Es kommt von überall. Alter, wie, 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 wie ist der denn da durch? Junge! Was war das? Bam. Oh, ja. Denkt dran, jeden Tag 13 Uhr ein Gaming-Video. Lasst ein Abo und ein Like da. Haut rein. Bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020